Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Böse Nachbarn 2 Ja Wir haben wieder mal kräftig gefehlt Aber ja Macht ja nix Wir geben hier Die Determiten geben wir mal da hinein Bevor der Nachbar kommt Okay, ich habe wohl vergessen dass ich da Stink eingehen muss Na gut, dann holen wir uns halt nochmal mehr Hühnerkeule Gut Dann gehen wir nach oben und geben den Zement da hinein Die Pflanze geben wir da hin Hehehehehe 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 Uh oh Jetzt kriegt der Dresche von Olga Oh man Gut, das war das So Gehen wir mal das Gebiss da dazu Nicht Jetzt das Gebiss Und schnell da rein schnell da rein schnell da rein So Dann kriegt er Whisky Und Chili Und wir gehen dann mal nach unten Und da rüber Hm Es kommt doch nicht mehr raus Hehehe 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 Ja das läuft dann mal wie im Schnürchen würde ich sagen So Mit der Steinstatue vielleicht hier etwas Das Uh oh Jetzt kriegt er mein Trick Hehehe 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 Jaaa So dann haben wir hier ein Bienennest Und dieses Wespen-Nest Gehen wir noch in die Piñata Die gehen wir noch in die Piñata Hehehe 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 Ich hoffe danach betkommen wir sind noch hinten 준 Wenn die einmal warten schade so 10 minuten 11 minuten es geht sich aus das letzte level ja wird schon klappen so aber jetzt stopfen wir das wespennest da hinein wieder mal eine ruhige hand bewahren und wenn es nicht klappt dann mache ich eine doppel folge wenn es nicht ausgeht so jetzt nur noch gemütlich da in das ding reinlegen und abwarten und tee trinken so jetzt geht er wieder zur pflanze die wird ihm beißen oder auch nicht weil sie klein ist hauptsache hat ein kubel voll dinge und dann geht er wieder fressen das ist viel fraß so aber jetzt man sagt acht minuten brauche ich circa pro level das wird ganz ganz knapp werden ganz knapp und falls ihr jetzt irgendwas komische Geräusche hört das ist saugen meine Mutter tut gerade staubsaugen sonst dreh ich kurz den Sound noch ein bisschen ah das war die Helligkeit ok entschuldigung gut yay und auf ins letzte Level der Urlaub geht zu Ende so und ja ich muss noch kurz schnell was zu trinken holen weil ich bin durstig und wir sehen uns gleich wieder so Leute weiter geht und ab ins letzte Level keine Panik ja dann ist das Let's Play zu Ende und ja es werden 10 Folgen oder 11 Folgen je nachdem wie lange ich brauche gut so der Nachbar geht duschen und puh oder nicht kommt der jetzt zu uns rüber nein Gott sei Dank nicht so nehmen uns hier etwas und zwar den Teppich die Teppich Munitionsschachtel den Teppich legen wir da drauf so dann gehen wir mal da rüber nach oben nach oben nach oben oder auch nicht wir gehen hier rüber und warten erstmals so ach jetzt kommt der da runter rauf 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 wo die Klarscheiben besorgen dann lass mir die mal runterfallen ok so dann holen wir uns hier was aus der Piste und da unten muss auch noch was liegen ein Zahlencode ein Zahlencode und da gehen wir mal runter hm was gibt es hier noch alles zu finden hm oh jetzt kommt die Mutter noch unten hm hm komisch was haben wir hier noch alles hm 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 Pistole hm hm jetzt haben wir wieder verdrückt gut und geht er wieder da hin ähm ja füllen wir mal die Patrone mit dem da das ist sowieso so schwer ist das zu machen so dann gehen wir da rein und setzen uns mal hier hin und dann gehen wir runter und dann gehen wir runter mit den Glasscherben schneiden wir hier dieses Ding da an vorsichtig ein bisschen vorsichtig zisch ganz vorsichtig ganz vorsichtig ganz vorsichtig Schauen wir mal, oder ist es schon eine Doppelfolge? Wenn ihr jetzt diese Folge seht, dann ist es eine Doppelfolge, wenn sie einzeln ist. So, dann gehen wir mal nach oben. Oh oh, jetzt kriegt er mal prächtig Brügel von seiner alten, bam, bam, von seiner alten, oh, Mutter, nicht Oma, so, geh nach unten, Nachbar, ich brauch dich doch so sehr. Nein, jetzt brauch ich doch noch einen Fein, oh, es kostet unnötig Zeit, es kostet alles unnötig Zeit, schnell da rein, hey, da sind Fische, wir holen uns doch vielleicht, oder? Passt. 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 Passt.